Musik Ich wende dir hier das Feuer in meiner Esse, um schöne Sachen herzustellen. Mein Name ist Oliver Barth. Seit ca. 10 Jahren lebe ich in Hollenbeck und arbeite als Metallgestalter in meiner Werkstatt und Schmiede. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der individuellen Metallgestaltung. Mein Team und ich fertigen unter anderem Geländer, Tore, Treppen für den Außenbereich. Aber auch ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Wohnrauminnengestaltung. Dabei entstehen hier Tische, Stühle, Türen, Regale, Ausmetall, aber auch in Kombination mit anderen Werkstoffen wie Glas, Holz und Stein. Die Arbeiten, die meine Werkstatt verlassen, sind sehr langlebig, hochwertig und oftmals einmalig. Die Kundenwünsche sind sehr vielfältig. Gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, die dann zeichnerisch visualisiert werden. Dadurch hat der Kunde die Möglichkeit, in der Phase der Ideenfindung jederzeit seine Wünsche einfließen zu lassen. Jeder Auftrag ist eine neue Herausforderung. Wir fertigen keine Massenprodukte. Auch wenn die Arbeit oft schwer, staubig und schmutzig ist, das Gefühl und die Freude an diesem Handwerk motiviert mich immer wieder. Das Besondere hier an unserem Hof ist auch unser Schmiedequartier, wo Gäste den Charme und den Flair unserer Schmiede mit einfangen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. dessert Amen.